Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DRZ News. Herzlich willkommen. In einem Zeitraum von drei Jahren haben unbekannte Täter bislang 23 Stücke Rehwild im Rau Neudorf, Neudorfberg und Großpesendorf in Österreich gewildert. Da die Täter bislang nicht gefasst werden konnten, bittet die Polizei jetzt um Hinweise. Jüngster Fund eines gewilderten Rehes war am 22. Mai. Meistens wurden die veränderten Rehe in Obstanlagen aufgefunden, in die sie aufgrund beschädigter Zäune oder offener Tore einwechseln konnten. Besonders tragisch ist zudem, dass die Wilderer keinerlei Rücksicht auf die Schonzeit genommen und die geschossenen Stücke am Tatort oder in dessen unmittelbarer Nähe zurückgelassen haben. Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 16. und 20. Mai in Bad Hersfeld in Hessen einen kompletten Hochsitz geklaut. Vermutlich haben die Täter zum Abtransport des Sitzes einen Anhänger genutzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld entgegen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer auf unserer Homepage unter www.drzeit.de. In einem Wald bei Grafrath in Bayern hat ein Jagdhund zwei abgeschnittene Körperteile eines Affen gefunden. Bei den Teilen handelt es sich um die abgetrennte Hand und den Fuß eines Schimpansen oder eines Gorillas. Laut Polizei seien die Gliedmaßen mit Formalin präpariert worden. Wie lange die Körperteile des Affen bereits im Wald lagen, ist aufgrund der Präparation mit Formalin nicht mehr zu klären. Am vergangenen Montagnachmittag kam es im Segeberger Forst in Schleswig-Holstein zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Ein nackter Mann hatte die Scheibe eines PKWs eingeschlagen, um an eine Trinkflasche zu kommen. Kurze Zeit später bat der Nackedei in einer nahegelegenen Ortschaft um ein Getränk. Auf die Frage der Polizisten, wie es zu diesem enormen Durst kam, antwortete der 27-Jährige, dass er brasilianische Baumrinde geraucht hätte. Luchse gibt es mittlerweile wieder seit ein paar Jahren in Deutschlands Wäldern. Doch so richtig ausbreiten wollen sich die Pinselohren bislang nicht. Die Ursachen dafür sollen nun ein Modellprojekt erforscht werden. Aktuelle Schätzungen der gesamtdeutschen Population gehen von etwa 140 Luchsen in Deutschland aus. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil.